BR 2018 Danke, Herr Appels, da haben Sie das ganz recht erkannt. Liebe Leute, hier bin ich der Vertreter aller Bauern, äh, nein, aller Bayern und des gesunden Menschenverstandes. Ja, damit ich durch die ganzen Staus durchkomme, bin ich heute mit dem Traktor hierher angereist. Das ist zur Zeit die sicherste Methode, überall hinzukommen. Das nächste Mal zu Markus Lanz ins Fernsehstudio fahr ich dann auch mit dem Lanz Bulldog, dem alten Ackerschlepper. Mein Motto lautet, wie du mir, so ötzt ich mir. Ich sage zu den protestierenden Bauern auch jedes Mal, Danke, Bauern, Gott beschütze euch. Danke, dass ihr uns von den Klimaklebern befreit habt. Diese Angsthasen trauen sich ja jetzt nicht einmal mehr auf die Straßen. Was waren das am Montag für einen Bauern-Showdown in Berlin? Ein Showdown wie im Western-Klassiker 12 Uhr mittags. Mit Gary Cooper und Große Kelly. Ja, auch schon am Sonntagabend haben ganz viele Traktoren ganz Berlin erleuchtet. Die Hauptstadt war so hell. Eine Lufthansa-Maschine wollte schon nicht auf den Berliner Flughafen, sondern aus Versehen vor dem Brandenburger Tor landen. Im Nachhinein können wir wohl heilfroh sein, dass Wladimir Putin die Proteste nicht für einen spontanen NATO-Ungriff aus dem Westen gehalten hat. Liebe Leute, vor kurzem hab ich aber geträumt, dass wir Freien Wähler wieder das Königreich Bayern eingeführt haben, und zwar regiert von der Kaiserburg aus. Die Franken wurden 250 nach Christus erstmals urkundlich erwähnt. Die haben über 800 Jahre lang Europa gelenkt und geleitet. Sie hatten das Bier, sie hatten den Wein, sie konnten an Tischen sitzen mit Messer und Gabel essen. Sie waren eine stolze Hochkultur mit Herzögen, Königen und Wagen und Straßen. Zu dieser Zeit ist man in den Wäldern von München auf den Bäumen herumgeklettert und hatte Angst vor der Rückkehr der Dinosaurier, liebe Franken. Das muss einmal gesagt werden. Und deshalb sag ich jetzt am besten, wir lassen das Experiment mit der BRD einfach mal hinter uns und gründen ein eigenes Bayernland. Wir werden uns jetzt die Monarchie zurückholen. Ja, die CSUler haben wohl den Arsch offen. Aber ich hör den Söder schon, der wird so tun, als hab ich vom höfischen Leben keine Ahnung. Ja, wer von uns ist denn an einem Hof groß geworden? Das bin doch ich. Sicherlich ein Bauernhof in Rastorf an der Labe ist jetzt nicht unbedingt das Schloss Versailles, aber ich war schließlich beim Schulausflug einmal in Neuschwanstein. Wobei meine Schulzeit ist mir jetzt gar nicht mehr innerlich. Aber tatsächlich bin ich dem Adel schon seit frühes der Jugend immer sehr nah gewesen. Ich bin der adeligste Politiker unter den Mitgliedern der bayerischen Staatsregierung. Und als König von Bayern käme das natürlich zugute. Da würd ich mich auf internationalem Parkett mit der gleichen Grazie bewegen, die die Menschen im Freistaat schon so lange an mir schätzen. Und mit mir an der Spitze, das versprech ich euch, wird das eine vorbildliche und nachhaltige Monarchie. Da kommen statt benzingetriebener teurer Limousinen nur noch königliche Kutschen mit echten Pferdestärken zum Einsatz. Und der Pferdeapfelsaft, der fließt anschließend direkt in die Klimatisierung des Palastes. Denn genauso, meine Damen und Herren, funktioniert der Adel der Zukunft. Ich werd das Königreich Bayern zur ersten biogasbetriebene Monarchie der Welt machen. Und deshalb steht den Freien Wählern eine große Zukunft bevor in der Bundes- und Weltpolitik und weit darüber hinaus. Gerade international. Da gibt's ganz wahnsinnig viel zu tun, weil's ja leider immer noch so viele Länder auf dieser Erde gibt, die gar keine Freien Wähler haben. Ja, Russland zum Beispiel oder Saudi-Arabien oder der Oman, Papua Neuginea. Das wird höchste Zeit für eine verschärfte Globalisierung der Freien Wähler. Ich bin der Landes- und Bundesvorsitzende der Freien Wähler und möchte auch zum Europa- und Weltvorsitzenden gewählt werden. Ja, das wär dann der Schritt vom Eiwanger zum Zweiwanger zum Dreiwanger, ja. Dann wär ich praktisch der weltweite Schmelztiegel aller Freien Wähler. Ich werd das gleich ganz schnell von meinen Parteigremien beschließen lassen. Äh, ich mein natürlich diskutieren lassen. Wenn Sie, meine Damen und Herren, also eines Tages einmal hören sollten, dass zum Beispiel in der Volksrepublik China ein hochintelligenter Politiker der Freien Wähler die Massen bewegt, der, sagen wir mal, den Namen Aiwangwang trägt. Und dann wissen Sie jetzt schon mal Bescheid. Zum Abschluss eine Bauernregel. Föhnt der Hahn sich seinen Kamm, glüht der Rot und steht ganz stramm. Kikuriki! Danke. Kikuriki! 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 Kikuriki!